Und ein weiterer Tipp fürs Homeoffice ist, das Tageslicht gut zu nutzen. Das bedeutet, sobald es geht, Kunstlicht aus und wirklich das Tageslicht von draußen durch die Fenster in den Raum lassen. Wenn das Tageslicht alleine nicht ausreicht, sollte man darauf achten, dass man nicht den ganzen Raum erhält, sondern vielleicht durch einzelnes Zuschalten von Licht einfach Zonen beleuchtet, die man braucht, zum Beispiel den Schreibtisch. Es muss ja nicht der ganze Raum wirklich hell sein. Und sobald das Tageslicht ausreicht, Kunstlicht aus und wirklich das Licht von draußen verwenden.